Ich habe noch nie ein Feedback bekommen, wegen falschen Angelegenheiten. Aber doch etwa mit der Frisur. Und das ist wirklich, gerade bei Frauen ist das wirklich prägend. Einmal war ich in der Rundschau, an der Theke. Und dann schreibt mir einer, schreibt mir einer, ich sei doch über 50. Er hat uns extra noch nachgeschaut. Und über 50-Jährige haben keine lange Haare zu haben. Und normalerweise habe ich ja auch offene Haare. Sie haben keine lange Haare zu haben. Und ich solle mir ein Beispiel an Karin Keller-Sutter nehmen, unsere jetzige Bundesrätin, und mir doch so eine kurze Haarfrisur zu tun. Ich habe dann geantwortet. Besten Dank für Ihre Rückmeldung. Sie verkennen etwas, ich habe abstehende Ohren.